Vielmehr ist jede musikalische Äußerung als eine Reaktion auf eine erfahrene historisch-gesellschaftliche Situation zu verstehen. Diese Art, sich als Individuum oder als Gruppe eigener gesellschaftlich bedingter Erfahrungen anzunehmen und sie zu verarbeiten, stellt einen wichtigen Faktor innerhalb der Gesamtsozialisation der Beteiligten dar, schließt sie doch die Möglichkeit der Selbstreflexion und Kritik bzw. Veränderung der vorgefundenen gesellschaftlichen Bedingungen mit ein. Dabei kann schon der selektierende Umgang eines Rezipienten mit Musik als produktive Leistung verstanden werden, wenn nämlich die rezipierte Musik als Mittel zur Selbstdarstellung oder zur Befriedigung selbsterhaltender Bedürfnisse benutzt wird.